Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem neuen Kanal von Mosh News. Mein Name ist Rainer, mein Name ist Waxe und wir wollen euch in diesem Kanal und auf diesem Format etliche Sachen vorstellen, präsentieren, euch informieren. Dabei geht es zum Beispiel um die Bands, zum Beispiel ums Camping, rund ums Mosh & May Festival, Neuigkeiten, News, alles was ihr wissen müsst, Ticketverkauf, wir haben ja ein Ticket, einmal schon Tickets verkauft über Kirmes, das hat vielleicht schon einige mitbekommen und der nächste Vorverkauf, der wird ab Dezember starten, aber auch da wird es ganz zu gegebener Zeit Neues geben. Also alles was ihr wissen müsst über das Festival, über uns, über das Mosh & May, werdet ihr hier erfahren, also liked uns, teilt uns, bleibt bei uns und stay tuned. ... ... ...